es wird keinen weiteren teil der simulation geben denn wenn ich es real betrachte werde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr am leben beziehungsweise mir wäre etwas vielleicht noch schlimmeres passiert ich will euch erklären warum nach meinem letzten schönen tag hatte es fast nur noch geregnet wir hatten temperaturen von drei bis acht grad teilweise ich wäre ohne diesen unterstand fertig zu kriegen sehr nass geworden feucht geworden wahrscheinlich wäre ich unter kühlung gestorben natürlich hätte ich mir alternativen suchen können um warm und trocken über diese periode zu kommen an der uni immer in gefahr dass man mich entdeckt und dann die polizei anrückt mich festnimmt unter zwangsempfung zugeführt werde vielleicht sogar interniert werde unter der universität bis hoch zum klinikum gibt es eine fernheizungsanlage fernheizungsversorgung also auch schächte durch die neben dem 300 grad heißen dampf in rohren auch elektrizität läuft technische gase laufen etc dort ist es sehr trocken ratten die dort sterben mumifizieren binnen weniger tage da war es schön warm aber auch relativ risikoreich dort geht auch ab und zu leute mit hunden wache schieben und ja man hätte mich entdecken können am klinikum selbst da hände ich mich gut aus hätte ich mich auch reinschmuggeln können allerdings würden war ja auch schon so dass ich als personal dort wache stehen und die leute kontrollieren die reingehen wenn man keinen mitarbeiterausweis mehr hat würde man an die pforte geschickt und müsste dort tun wie man den besuchen will damit ist es auch schon fast ausgeschlossen da reinzukommen da wären sogar duschen für bedienstete ich hätte warmwasser wasser gehabt aber das wäre auch ganz ganz schwer möglich gewesen als fazit wenn man wirklich in eine box out situation gerät ad hoc gerät in der man nicht viel vorbereiten kann ist es sehr schwierig über herbst und winter zu kommen über den winter würde ich sagen ist es unmöglich ohne irgendwo unter schlupf zu finden selbst in der wärmeren jahreszeit zwar nur noch warme tage ist es relativ schwer es ist reine glückssache das mit dem wetter ist einfach schief gelaufen ich hätte auch gut gelaufen können dann wäre jetzt noch die letzten tage bis mitte oktober schönes wetter gewesen war es aber leider nicht und das ist wieder etwas was uns zeigt man kann so etwas nicht im detail vorplanen und selbst wenn man sich theoretisch gut genug vorbereitet hat wenn es an praktischer vorbereitung fehlt sprich wenn nicht schon ein lager existiert oder man genügend mitnehmen kann dann hat man schlechte karten so so Untertitelung des ZDF, 2020